Jannik vom Weiß Fitness hier und so geht Frontheben am Kabelturm. Großer Vorteil zum Frontheben mit Kurzhandel ist, wir haben eine konstante Spannungskurve. Tipp 1, heb das Gewicht mit geradem Rücken heraus. Dann positionierst du dich in einer stolzen Körperhaltung. Tipp 2, beugst deinen Ellenbogen minimal an, minimal, um das Gelenk etwas zu entlasten. Und dann, Tipp 3, hebst du das Gewicht kontrolliert bis maximal auf Kinnhöhe an. Handgelenke schön gerade, nicht abknicken und ackern. Beim Zurückgehen Vorsicht da unten und dann, wenn du noch Fragen hast, schreib mir, wir klären das.